Mit diesem Glitch seid ihr unbesiegbar in Fortnite, Leute. Ihr fahrt genau hierhin mit dem Auto. Bei Shift die Chefs baut auch ein bisschen ab und dann passiert genau das hier mit eurem Fahrzeug. So, ihr könnt auch noch das hier ein bisschen abbauen, zur Sicherheit müsst ihr aber nicht. Dann steigt ihr nochmal ins Fahrzeug ein, fahrt jetzt rückwärts und dann seht ihr, ihr seid durchgeglitscht. Und jetzt müsst ihr einfach nur das Auto kaputt machen. Benutzt gerne mein Creator Code 7. So, ihr macht jetzt einfach das Auto kaputt, das Auto explodiert und ihr seht, ihr seid einfach in der Wand drin. Und keiner kann euch hier sehen, Freunde. Das ist richtig OP, das ist zu OP schon fast und ihr seid einfach hier versteckt.